Hallo, es ist wieder der Martin. Wieder eine Woche vorbei. Bayern hat 5-2-1 gegen Dortmund gewonnen. Für mich als fast Münchner natürlich ein erfolgreicher Tag. Ja, wie ist das Trading gelaufen in der vergangenen Woche? Ich habe hier wieder mal die berühmte Datei und wir haben den PIP Cruiser, PIP Measure on Steroids, ja leider ja letzte Woche schließen müssen, beziehungsweise den Test mit diesem Expert Advisor beendet. Der Drawdown war über 30%, 30,91, äh 31,96 sogar insgesamt und diverse offene Positionen waren es auch noch. Somit ist dieser Expert Advisor in der Einstellung Geschichte. Aber wir haben ja noch andere Versionen am Laufen und zwar die Version 2. Ich habe es Version 2 genannt, wo wir mit den Main Trades arbeiten, der Stop Loss, Take Profit, gemäß dem ATR Indikator und mit den Multi Trades, wo der Stop Loss und der Take Profit jeweils bei 30 Pips liegt. Da war es die 9. Handelswoche mit diesem System und die war relativ überschaubar. Es ist nämlich nichts passiert. Die Einstellung bei diesem Expert Advisor ist ja so, dass der in den letzten Tagen des Monats, also in der letzten Handelswoche nicht handelt, bei dieser Einstellung oder diese Einstellung habe ich damals vorgenommen. Das heißt, wir haben keinen Trade in der letzten Woche und haben damit ein Septemberergebnis von minus 10,83%. War natürlich recht bescheiden. 109,85 Euro haben wir verloren. 1.390 Pips Verlust, 41% der Trades waren Gewinner, 82 Trades waren es insgesamt, 0,82 Lots, da wir nur mit 0,01 traden und der Drawdown war bei 13,77%. Also es gibt Gesamtergebnis jetzt von minus 9,51%, 95 Euro Verlust, 95,10, 897 Pips der Drawdown, ja knapp unter 15%. Trades waren es jetzt aktuell 145. Ich habe mir ja vorgenommen oder beziehungsweise die Regel jetzt festgelegt, entweder wir handeln 500 Trades oder ein System 500 Trades lang, dann sehen wir, ob er positiv ist oder nicht. Wenn er negativ ist, verschwindet das System im Archiv oder wird angepasst. Wenn der Drawdown über 30% ist, verschwindet das System im Archiv und wird so nicht mehr angefasst. Das heißt, hier werden wir dieses System noch etwas länger testen. Im Moment eher auch die Tendenz, dass es in der Form nicht positiv ist. Die Multi-Trades ja hier etwas anders eingestellt. Nicht so hoch der Stop-Loss wie bei der Originalversion, aber auch hier, es laufen unheimlich viele Positionen in den Stop-Loss. Und wir sehen jetzt gerade mal eine Gewinnerquote von 41% jetzt im September. Der August war etwas besser mit 54%. Aber im Moment denke ich auch, wird dieses System wohl in der Einstellung nicht werden. Dann haben wir ja noch das Support- und Resistance-Trading. Hier habe ich immer noch die etwas übersichtlichere Statistik. Auch hier ist der September vorbei, der vierte Handelsmonat jetzt hier. Wir haben 2,38% Verlust wieder im September. Minus 25,81 Euro, minus 331 Pips. Aber es gab nur 10 Trades, was sehr überraschend ist, denn da wir ja im August, sage ich mal schreibe, 35 Trades hatten. Im Juli 33 und im Juni 21, wobei im Juni haben wir ja erst relativ spät angefangen. Am 22.06. war hier der Handelsbeginn. Auch hier dieser Gewinn im August, wo das ganze System jetzt im Moment ja ins Plus gebracht hat. Das sehen wir dann gleich bei der Übersicht. Das waren zwei Tage, wo es einen unheimlichen Schub gegeben hat und der das System oder diesen Expert Advisor nach oben geknallt hat. Und dadurch 2.625 Pips im August, da sind wir natürlich noch deutlich im Plus. Aber auch hier muss ich sagen, wie oft passiert sowas? Wie oft gibt es so einen Tag oder solche zwei Tage wie im August, wo halt wirklich mal 1.000 oder mehr, 2.000 Pips passieren, Gewinn passieren oder Gewinn eingesackt werden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht passiert das einmal im Jahr. Vielleicht passiert das dreimal im Jahr. Wenn ich dazwischen dann immer den riesen Drawdown habe oder zumindest über Monate hinweg keine positiven Monate, dann ist das auch eher schwierig zu handeln. Also auch hier sehe ich noch nicht wirklich das Riesenpotenzial. Dieses System baut ja darauf auf, dass es Support- und Resistanzzonen einzeichnet im Chart. Und sobald diese durchbrochen werden, also nach oben oder nach unten, wird ein Trade ausgelöst mit einer Pending Order. Und also man geht davon aus, dass die Support-Zonen durchbrochen werden, beziehungsweise die Resistanzzonen durchbrochen werden und hofft dann auf einen Weiterlaufen der ursprünglichen Richtung. Bis jetzt, wie gesagt, sind wir im Plus, aber noch wenig Trades. Also insgesamt sind noch keine 100 Trades. Und ich bin da auch noch nicht so überzeugt von dem System. Was ich jetzt diese Woche neu dazugenommen habe, das ist der Pip-Cruiser, Pip-Masher, ja eigentlich On-Steroids, kann man eigentlich gar nicht sagen. Das habe ich jetzt hier falsch gemacht. Aber lassen wir es jetzt mal so stehen. New. Und zwar hier, Handelsbeginn zum 1.10. Hier arbeite ich mit einem Stop-Loss von 200 Pips und einem Take-Profit von 400 Pips. Multitrades gibt es jetzt hier gar nicht. Das heißt, das On-Steroids müssten wir eigentlich weglassen. Das Daily Target liegt bei 2%. Hier werden allerdings nur die Majors gehandelt. Das hat den Hintergrund, da ich im Moment ja mit 3 VPS arbeite, 2, die ich bezahlen muss bei Strato und ein im Moment kostenloses bei Amazon, das ein Jahr läuft. Und mir einfach da die Performance für die anderen Systeme zu schlecht wird, beziehungsweise ich gar nicht die Möglichkeit habe, noch andere Systeme zu testen, wenn ich hier alle Währungspaare laufen habe. Bei dem Test des Ur-Pip-Cruiser, Pip-Measure-On-Steroids, also der, wo die Drawdown-Grenze überschritten hat, hatte ich alle Systeme drin. Insofern kann man das jetzt nicht 100%ig 1 zu 1 vergleichen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es auch mit den Majors, also mit den wichtigsten Währungspaaren, einen guten Trend gibt. Handelswoche 1 ist das natürlich. Man sollte hier nichts rüber kopieren. Es wurde eine Order bisher ausgelöst. Beim US-Dollar Japan, die ist im Moment minus 40, minus 50 Pips. Also hier ist aber noch nicht geschlossen. Hier kann man noch nichts sagen. Aber ich bin gespannt, wie es in diesem Test läuft und wo wir da dann am Ende des Jahres stehen. Der Vergleich sieht jetzt so aus. Also hier, die Version 1 ist geschlossen. Die Version 2 hat jetzt einen Verlust von 10,83 und den Drawdown von 13,77. Die, das ist Airzone Trading, hat minus 2,38 gemacht. Also der September war, man muss es sagen, ein grottenschlechter Monat für die von mir getesteten Systeme. Und ich bin gespannt, was die kommenden Monate da bringen. Was habe ich jetzt noch gemacht? Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich bin wieder mal bei dem StrategieQuant, also bei der Software StrategieQuant hängen geblieben. Und da habe ich mich mal wieder intensiver mit dieser Software beschäftigt. Diese Software macht ja Folgendes. Man kann hier diverse Einstellungen vornehmen, historische Daten reinladen. Und dieses System errechnet aus den vorgegebenen Kriterien. Also meinetwegen gebe ich jetzt ein, er soll mir aus drei verschiedenen Indikatoren im H1-Timeframe die besten Optionen durchrechnen und mir diese dann als Metatrader-Code ausgeben. Das habe ich jetzt gemacht im H1-Timeframe und mit ein paar Indikatoren. Und dabei sind mir fünf Systeme aufgefallen, die ich jetzt mal in einem Zeitraum vom Januar bis heute, also bis zum vergangenen Freitag, mal in diesem Zeitraum positiv gewesen wären. Das war der Zeitraum Out of Sample. Also man kann hier verschiedene Kriterien eingeben. Es ist ein bisschen schwierig alles zu erklären. Diese fünf Systeme sind mir jetzt im H1-Timeframe am positivsten aufgefallen. Hier sehen wir das erste System. Das hätte jetzt in diesem Zeitraum bei einem 1000-Euro-Konto und mit 0,01 Mikrolots, hätte es mir mit 126 Trades, hätte es einen Profit-Faktor von 1,48 und hätte im Moment diese Kurve, diese Equity-Kurve. Das zweite System würde so aussehen. Das dritte System hätte sogar 222 Euro Gewinn, wobei hier die Stagnation relativ lang ist. Das heißt, das hatte hier zwischen Anfang, nein Mitte März ist es, Mitte März bis Ende August fast hatten wir keine Verbesserung. Dann das vierte System hatte diese Entwicklung und das fünfte System hätte diese Equity-Kurve. Diese fünf Trades würden zusammen eine Portfolio-Kurve ergeben, die so aussieht. Also man sieht das blaue hier, das wollte ich gleich mit dem Kugelschreiber hier zeigen am Fernseher oder am Bildschirm, geht natürlich nicht. Diese blaue Equity-Kurve hier oben ist die Gesamtentwicklung dieser fünf Strategien, also des Portfolios. Und hier unten haben wir die einzelnen Kurven. Sieht jetzt auch nicht unbedingt gerade aus, aber es ist wenigstens eine, sagen wir mal, es geht von links unten nach rechts oben. Das war mir nämlich wichtig, speziell in dem Out-of-Sample-Bereich. Denn es bringt mir nichts, wenn ich zwei Jahre oder drei Jahre Zeitraum habe und es dieses Curve-Fitting gibt. Also das heißt, der mir in diesem Zeitraum, wo er gerechnet hat, das Ganze oder wo er die Auswertung vorgenommen hat, eine perfekte Kurve nach oben gezeigt hätte, eine Equity-Kurve nach oben. Und in dem Out-of-Sample-Bereich, das heißt, wo dann das System nach diesen Vorgaben handelt, aber nicht mehr optimiert wird, dass es hier dann die Kurve nach unten geht. Also darum war mir wichtig, Out-of-Sample-Bereich sollte passen. Da sind halt von 50 Systemen, ich habe 250.000 Strategien gehabt und 50 oder knapp 50 sind übrig geblieben. Und davon sind dann letztendlich 5 mit einer einigermaßen annehmbaren Kurve rausgekommen. Und hier würde es eben so von der Equity-Kurve aussehen. Bei einem 1.000-Euro-Konto hätten wir also einen Gewinn innerhalb von 10 Monaten von knapp 855 oder 856 Dollar. 668 Trades, das hätte einen Profit-Faktor von 1,62 gegeben. 52,25% der Trades wären Gewinner geworden. Der Drawdown wäre bei einem 1.000-Euro-Konto nur bei 1,79% gelegen. Das ist natürlich sehr wenig. Das hat geklopft. Kann keine Störung gebrauchen, liebe Ehefrau. Ein Drawdown von 1,79% und ein Daily-Gewinn von im Schnitt 3,16 Dollar und im Monat von 106 Dollar. Jetzt auch hier, wenn wir uns die einzelnen Monate ansehen, das heißt im Januar 144, Februar 100 Dollar, März 203, April 20, Mai 81, Juni 30, Juli 92, August 70, September 85 und der Oktober, jetzt ja nur ein paar Tage gehandelt, knapp 25 Dollar. Was können wir hier noch sehen? Gut, die List of Trades interessiert jetzt nicht. Equity Chart, ja, den haben wir vorher schon gehabt. Ich möchte jetzt einfach mal probieren, wie denn der Strategie-Quant funktioniert. Ich habe den schon öfters mal probiert, habe aber eigentlich immer Fehler gemacht oder habe mich eigentlich ehrlich gesagt noch nie so richtig mit dem Programm intensiver befasst. Ich habe so ein paar Kriterien eingegeben, das System rechnen lassen, habe aber dann die ausgespuckten Strategien nicht nochmal backgetestet. Also im Metatrader, das habe ich diesmal gemacht mit 99,9% Qualität oder Backtest-Qualität und da kamen jetzt mal diese fünf Strategien im H1-Timeframe raus. Diese Strategie werde ich jetzt auch laufen lassen. Das heißt, ab morgen laufen diese Strategien, oder ab heute, Mitternacht eigentlich, laufen diese Strategien parallel mit auf einem weiteren Metatrader-Account und ich möchte dann auch in den kommenden Wochen dieses Portfolio, ich nenne es jetzt mal Euro-US-Dollar-H1-Portfolio, im Vergleich mit den anderen Systemen hier laufen lassen, um einfach mal zu sehen, wie sich das System im Vergleich behauptet. Wir hatten im Forum in der Forex-Fabrik ja schon ein paar Mal die Diskussion darüber, wo auch einige andere mitgewirkt haben und getestet haben. Da kam eigentlich oft die Aussage, du testest die oder du entwickelst die Systeme über den Strategie-Quant und hast dann 100 Systeme, die positiv sind. Wenn du die dann auf ein Demo-Konto schmeißt, dann hast du noch 50, die positiv sind und wenn du die dann auf ein Live-Konto schmeißt, dann hast du noch mal 30, 40 Prozent, die dann vielleicht mit Mühe und Not was abwerfen. Wir haben jetzt hier 99,9-prozentige Backtests. Klar, Backtests ist immer so eine Sache, aber zumindest ist es auf jeden Fall eine Orientierung und wir wollen es jetzt einfach mal ausprobieren. Auch hier gleiche Kriterien, 30 Prozent Drawdown und das Konto sollte mindestens 500 Trades haben, um eventuell für einen Live-Account in Frage zu kommen. Wir hatten jetzt in 10 Monaten 668, also dürften 500 Trades in etwa in 7, 8 Monaten, ein halbes Jahr vielleicht machbar sein. Ich bin auch gespannt auf das Drawdown, ob da wirklich, weil 1,79 ist ja gar nichts. Wenn wir allein jetzt erzählen, was wir für einen Drawdown in den einzelnen Monaten bei den bisher getesteten Pip-Cruiser-Versionen oder sowas hatten, 10, 6, 30, 7, 13, gut jetzt hier bei dem SR-Trading, aber wesentlich weniger Trades, 2,97. Da bin ich wirklich gespannt, ob dieses System funktioniert, ob die Tests passen und was ich diese Woche noch machen möchte, ist natürlich weitere Strategien mit dem Strategie-Quant versuchen zu entwickeln, diese dann eben danach im Meta-Trader zu testen, ob das stimmt. Also nochmal, wir hatten 50 Strategien, die eigentlich in Frage gekommen wären. Von diesen 50 waren, ich schätze mal so 10, waren negativ. Also wo ich die dann im Meta-Trader getestet habe, waren die negativ. Von den, dann hat man noch irgendwie 35 oder sowas, die zwar positiv in den 10 Monaten gewesen wären, aber die Kurve mehr so ging, also nach oben und dann wieder nach unten oder wo wir eine unheimlich lange Seitwärtsphase hatten, also wo es auch wenig Sinn gemacht hätte, diese live zu handeln. Und letztendlich sind diese 5 übrig geblieben und ich möchte es jetzt einfach mal probieren, wie wir mit diesem System, mit diesem Portfolio uns schlagen werden. Okay, das jetzt wieder der Bericht für die vergangene Handelswoche. Die Martin-Geld-Strategie werde ich dann morgen und übermorgen hochladen. Ich bin im Moment ein bisschen, ich sage es als offen, geschafft. Wochenende war wieder anstrengend und das Video kommt dann, wie gesagt, die nächsten Tage. Ich verspreche euch, die Videos kommen und ich freue mich über jedes Feedback, jegliches Feedback, wo ihr mir im Forum oder über den YouTube-Kanal geben könnt. Bis dann, ein schönes Wochenende wäre schön, eine schöne Woche, eine schöne Arbeitswoche. Wir hören und lesen uns. Ciao.